Hallöchen meine Lieben, willkommen zu einer neuen Runde wird bei Daylight. Wir sind mit Jane unterwegs an der Antidus Mind. Ich soll mit Jane Tor aufmachen. Hey du! Ja, der sucht sich halt auch immer die aus, die ich nicht hochgelevelt habe. Ich habe jetzt ein paar Pünktchen in Jane reingeballert, dass sie wenigstens ein bisschen was hat. Die habe ich nämlich noch nie angegriffen, ganz ehrlich. Und somit haben wir dabei, Berenc's Landing, Wachsam, Einfühlungsvermögen und Selbstsicher. Die hat Beweise nicht und es ist Legion. Und Ruin! Geh weg, du! Habe ich den jetzt an der Backe? Sieht so aus. Ne. Doch nicht. Gut. Legion ist abgehängt. Dann gehen wir mal zu dir. Arbeiten wir beide gemeinsam. Du hast auch Beweise, wie geil ist das denn? Ich habe es mit Jane leider noch nicht frei. Aufpassen, der kürzt ab. So, unser Jane ist jetzt bei der Hälfte. Oh, die ist down. Nein! Nicht so geil! Das heißt, er wird direkt hierher kommen. Mit Ruin ist das ein bisschen kacke. Nur ein bisschen. Zieh durch. Zieh durch. Zieh durch! Yes! Aua! Dölt er mir nach? Nö. Tut er nicht. Okay. Dann hole ich dich da mal runter. So, komm her du. Du hast Anführer dabei. Geil. Damit heile ich dich, glaube ich, ein bisschen schneller. Oh, der hat einen schlampigen Schlachter. Ruin. Schlampiger Schlachter. Komm her, du. Komm her. Sei nicht feige. Er hat keinen Tana. Komm her. Komm her. Lauf, 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 lauf. Oh! Ja, lieber du als ich. Wir hingen ja noch nicht. Dem her ist es nicht so tragisch. So. Mal gucken. Wer denn jetzt kommt? Die heilen sich da hinten. Die steht rum. Klasse. Äh, kommt da jetzt mal jemand? Nein. Nächste Person down. Komm rüber. Ach, die hat sich die Selbstheilung reingebollert. Ach, ja. Jeder, wie er möchte, ne? Hallo, Serene. Heilst du mich? Oh, zu zweit. Das geht schneller. Dankeschön, ihr zwei. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mal weiterkommen hier. Wo kommt er denn? Der Schlingel. Keine Ahnung. Oh, ich war doch nicht fertig. Das geht natürlich auch. Was macht die denn? Läuft die jetzt rüber? Retten? Nee. Okay, dann gehe ich mal hin. Irgendwas hat er jetzt getreten. Dass die jetzt den Hit kassiert hat, war ein bisschen unnötig. Wir müssen noch drei Gents machen, meine Lieben. Komm her. Runter mit dir. So, wir halten dich zu zweit. Dann sind wir schneller. Und... Ach, nee. Nächste Person ist down. So, du komm auch her. Oh. Das könnte jetzt... Okay, er ist blind. Nee, nee, bleib hier. Wir müssen verhindern, dass du umfällst. Was? Nee, lass sie in Ruhe. Hängeblieben. Warum bricht das denn die ganze Zeit ab, Mannheim? Du, wir sollten den anderen da runterholen. Wäre vielleicht doch ein bisschen... Oh, klasse. Jetzt schaffen wir keinen Gen mehr hier. Heilen wir die zuerst. Die ist nämlich tot. Gut. Ich schätze mal, ich werde schon noch ein Stück weit durchhalten. Danke. Legion wird aber gleich hier daherkommen. Hundertprozentig. Jo. Ist am Weg. Danke, Leute. Ich düse mal weg. Oh, er ist in der Fähigkeit. So. Geht dir jemand retten? Die eiern da hinten rum. Ja. Ist runtergeholt. Gott, sind wir langsam unterwegs. Da ist eine Kiste. Gönnen wir uns direkt. Nicht umfallen da hinten, ja? Halt ihn ein Stück weit durch. So, die heilen sich ja mit einem schlammigen Schlachter. Äh. Eine braune Werkzeugbox. Die ist tot. Nein. Leute, macht was. Wir müssen noch drei Gens machen. Die Ruin ist halt kacke. Kannst du den Gen nicht loslassen. Oh Gott, der kommt schon wieder direkt hierher. Als hätte ich den nicht gesehen. Ne, ne, pass auf. Legion ist da. So. Geh hier wieder ran. Und ich hoffe, dass die andere was macht. Ja. Okay, dann machen wir es halt zu zweit. Die andere ist ja schon angekratzt. Das wird, glaube ich, kein gutes Ende nehmen. Gut. Gut. Vielleicht hält sie sich ja. Hinten wäre direkt der nächste Gen. Das hat die jetzt gemacht. Ist die in den Schrank rein? Ja. So, wir haben den gleich. Hat die innere Kraft? Ne. So, da rüber. Da rüber. Da. Komm mit. Lass das Todem. Wohl ist es vielleicht auch nicht so dumm, die wegzunehmen. Okay. Gut. Die darf ja nochmal hängen. Aber. Sag jetzt, wenn Ruin weg wäre. Okay. Ruine ist aber noch da. Ich hab's auch bis jetzt noch nicht gesehen. Und die hängt praktisch in der Auslage. Klasse. Okay, die geht retten. Ich bleib hier. Außer. Leachin ist der Meinung, er muss antanzen. Ah, den krieg ich. Ja. Ist eine Frage. Ist hier irgendwo noch eine Palette? Ja. Ja. Schaff ich aber nicht. Oh. Jane, du bist zu langsam. Ja. Danke, wachsam. Hätte ich nicht mitgekriegt, dass er da die Palette wegtritt. Ich seh hier auch kein brennendes Todemann. Er wird mich ja auch wahrscheinlich nicht genau davor hängen. Aber. Man kann's ja nie wissen. Er ist wieder in der Bindheit. Sirena ist die Einzige, die noch hängen darf. Ich weiß jetzt aber nicht, wen er da gerade jagt. Ich glaube, das ist die Cloudat. Oh ne, die Killer Palette ist weg. Killer Hütten Palette. Ja. Kacke. In die Umfeld haben wir ein Problem. Ach komm. Du musst doch jetzt nicht tunneln, du Sack. Nee. Er tunnelt nicht. Wir sind halt auch nicht hochgeheilt. Und die Jens sind halt alle auf null. Oh, Ruin. Danke. Nice. Heil mich. Dankeschön. Okay, die darf noch mal hängen. Aber ich hab jetzt... Ach, da hinten. Ich schätze mal, da ist Barbecue dabei. So zielstrebig, wie die ja die ganze Zeit auf uns zukommt. Ich hab Balance. Was hast du? Oh. Okay. Ich versuch dich mal hier runter zu holen. In der Hoffnung, die Cloudat hält durch. Okay? So, komm runter. Komm runter hier. Oh. Da ist er. Okay. Die spielen dort fangen. Oh, nee, nicht Selbstheilung. Der hat den schlappigen Schlagge dabei. Und im letzten Eck auch noch. Ach, Gottchen. Siehst du, du bist gar nicht weit... Oh, da ist in der Fähigkeit. Die ist ja gar nicht weit gekommen, ne? Selbstheilung. Und schlämmiger Schlagge. Die Kombi. Wisst ihr, wie lange das dauert? Mindestens 40, 50 Sekunden. So. Wir müssen einen Gen machen, Serena. Ja, ganz dringend. Zwei. Wir müssen aufpassen, dass uns die Cloudat nicht umfällt. Das ist nämlich angekratzt. Obwohl, punktemäßig stehen wir gut da. Aber ich hätte halt trotzdem gern die Demi fertig gemacht. Jetzt läuft die wieder in die Richtung. Legion ist hinterher. Okay, biegt nicht ab zu uns. Enttäusche das nicht, oder? Da denken sie, nö, das schaffen die eh nicht. Komm schon, Cloudat. Halt, durch. Man sieht halt Gott sei Dank, ob die gejagt wird, oder nicht. An ihren Balken. So, ein Gen noch, Serena. Einer noch. Schaffen wir. Wo haben wir denn einen? Da ist eine Luke. Du hast aber nicht zufällig einen Schlüssel dabei. Oh, scheiße. Die ist da. Da ist ein Gen. Da vorne ist ein Gen. Geht die da jetzt direkt ran? Frage, wo läuft Legion hin? Da ist er. Er läuft weg, okay. Da hat er vielleicht doch kein Barbecue. Oh. Legion ist in der Fähigkeit. Nein! Power, Bleach. Oh, die kommt in meine Richtung gelaufen. Ha, ist das nicht gut. Ich weiß nicht, wo Legion ist. Da ist Legion. Geh weg. Ich will nicht sterben. Da ist nämlich die Luke. Scheiße. Scheiße. Hier ist nichts. Wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Jo. Ja, wo willst du ihn? Da ist die Palette weg. Da ist keine Palette. Oh, jetzt wird gesluckt. Du Arsch. Das muss doch nicht sein. Da willst du einen 4K haben. Oh, Leute. Ist eh schon so zäh und zieht sich direkt in die Länge wegen Ruin und den schlampigen Schlachter und jetzt noch sowas. Klasse ist das. So, Serena. Ich wäre fertig. Magst du mich holen? Er ist dort hinten. Bitte. Danke. Er steht da vorne. Lauf! Oh, Gott. Ich kann mich halt nicht heilen. Da ist die Luke. Wir machen halt Krach. Das ist das Problem. Der wird die jetzt auch slaggen. Wie weit ist denn der, Jan? Oh, Kacke. Jo, er slaggt sie. Oh, Gott. Die sollen mal recovern. Ich meine, ich habe eh keine Chance, wenn Leech kommt. Es ist alles schon weg. Kein Plan, weil das alles gezogen hat. Warst du fertig recovered? Oh, Gott, nein! Scheiße! Ja. Dann töte mich. Jo. Daly nicht fertig. Yeah. Wer hätte das gedacht? Boah. Überleben. 800 Punkte. Oh. Ach, Gott. Wie viel das haben wir an Pip gekriegt. Jo. Er hätte noch Nerd dabei gehabt. Ja, es war ein Barbecue. Ich habe es mir eh fast gedacht. Oh, die war Red Rank. YouTube. Ganz was Neues. Sieht man mittlerweile schon sehr selten mit dem YouTube hinten dran. Jut. Äh, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Lasst mir gerne einen Kommentar hier. Oder wenn ihr es doch nicht getan habt, ein Abo. Da freue ich mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.